Risse IM Gotthard Tunnel Wichtige Verkehrsverbindung dicht Bern, ein Riss in der Decke des Gotthard-Straßentunnels hat schwere Folgen für eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen durch die Schweizer Alpen. Die Röhre bleibe bis auf weiteres geschlossen, berichtete das Bundesamt für Straßen, Astra, am Montag. Der Verkehr wird über Passstraßen umgeleitet. Das dürfte die Fahrt um rund eine Stunde verlängern. Die Dauer der Sperrung ist noch nicht bekannt, teilte das Amt mit. Am Sonntag waren nahe des Nordportals des knapp 17 Kilometer langen Tunnels plötzlich Betonteile von der Decke gestürzt. Verletzt wurde nach Angaben des Amtes aber niemand. Eine Autofahrerin berichtete der Zeitung, Der Tunnel wurde sofort gesperrt. Auf beiden Seiten entstanden kilometerlange Staus. Einmal sind oder ein theyller Ost họen? Auf beiden Tonnen dringendor Br 하나. Wie ist das Dix? Oder das waren lers. Die Dich? Schreicht aufπε polítisch outfit? Sp 브�勉� die F pitcher morang gibbutt Ja.